So Freunde, die Woche war viel los und dann schauen wir uns an, was ihr da so getunt habt. Mich würde ja mal interessieren, was hält eigentlich der Tobi so von unserer Core-Mobility-Stunde? Wo soll ich hingehen? Zu dem beweglich nicht zu uns Gurken. Alles klar, dann mache ich das jetzt mal. Nice. Das Highlight der Woche, zwei Flos gleichzeitig beim Beugen und stehen sich auch noch gegenüber. Ihr kennt es schon, Springen darf natürlich bei uns im Programm nicht fehlen. Und zum Schluss, da wollten wir uns noch ganz herzlich bei euch bedanken für... Weißt du, dass ihr mit diesem Podcast auf den Podcast-Plattformen die 5000 Abspielungen knackt? Oh, ich hab total dämlich. Nee.